Michael muss bei Sturm der Liebe weiter um seinen Job bangen. Jetzt hat er eine Anhörung vor sich, bei der entschieden wird, ob er seine Approbation behalten darf. Der Arzt macht sich große Sorgen, aber sein Freund André möchte ihn aufheitern. Deshalb empfiehlt er einem Mitglied des Küchenteams mit Knieschmerzen eine Behandlung bei Michael und lobt den Arzt ausgiebig. Dabei kommt auch eine Behandlung zur Sprache, die Michael erst kürzlich durchgeführt hat und André vergisst dabei, dass Michael zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht hätte praktizieren dürfen. Das kommt auch der Klinikleitung zu Ohren. Hat André damit Michaels Karriere ruiniert? Gleichzeitig möchte Cornelia Ariane das Handwerk legen. Damit plant sie eine Falle. Gemeinsam mit Erik und Werner setzt sie den Plan um. Ob Ariane tatsächlich in die Falle tappt und was das für Auswirkungen hat, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15.10 Uhr in der ARD. Untertitelung des ZDF für funk, 2017